Leute, was geht? Jetzt ist das... Das geht's nicht! Okay, er macht schon wieder los, oder? Ähm, hier ist das, ähm... Versprochene Only-Up-Video. Ähm, ja, lasst Like und Abo da. Und warte, Leute, wo ist denn das jetzt? Wo ist jetzt mein Handy? Wo sind die Scheiße jetzt hin? Also, warte, hier ist es. Warte, ich zeig euch mal was. Jetzt kann ich, jetzt zeig ich euch, wie der Bray auf YouTube heißt. So heißt der Bray. Warte, so heißt der. Warte, was ist das? So heißt der, BTV-Finn. Ähm, Punkt halt noch. Und abonniert ihn gerne. Sag mal Hallo! Hallo! So, warte. Da ist er, ähm... Ich würde sagen, mach mal bereit jetzt, Alter. Ich würde sagen, wir sehen uns in Only-Up. Und jetzt, Leute, guckt einfach. Hier hat einfach Travis. Hier kommt Travis. Ich muss sagen, ein richtig geiler Skin. Und jetzt würde ich mal sagen, wir müssen jetzt mal bereit machen. Mach jetzt bereit hier. Und seine krassen... Nike-Schuhe. Dahinter? Dahinter sind Nike-Schuhe. Okay, ähm... Ja, ich würde sagen, mach mal... Alter, er hat den... Oh, ja. Mach jetzt bereit. Leute, ich würde sagen... Hallo. Lass ein Like und Aura. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Only-Up. Und Leute, guckt mal, das ist einfach der Weltrekord. Acht Minuten... Acht... Nee, falsch. 8,54 Minuten, ne? Alter. Ich klatsche hier oben, guck. Ich klatsche bei dem Match Report. Was ist denn, du? Hier, ich bin hier oben. Ach doch. Äh... Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal eine Runde. Only-Up, let's go. Let's go. Alter, geh mal hier. Oh, warum hängt's? Scheiße ist das. Komm, diesmal schon was. Ja, genau, komm. Wenn... Schie, 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 schie. Schie, schie. Als ob du selber den Tanz hast, okay? Ja, das... Ja, das ist... Nice. Okay, Uwo. So, okay. Schaffst du das? Ja, natürlich. Das ist nur... Ja, aber schaffst du mal da auf mich, wenn man... Digga, irgendwas hängt die ganze Zeit bei mir, was? Digga, ich hab irgendwie scheiß Dings. Hä? Was ist das? Die Only-Up-Map mag mich nicht, deswegen macht die das. Ey, nee, ey, Finn, lass mal den anderen Weg nehmen. Was? Lass den anderen Weg nehmen. Dann nimmst du den anderen Weg, ich warte auf dich hier bei der Halle, bei dem Baum-Level. Bei dem Baum-Level? Wie bist du jetzt da hochgekommen? Ja, das fragst du... Ach ja, stimmt, da gibt's ja diesen einen Weg. Stimmt. Da komm ich dann auch, denke ich mal, vorbei. Ja, er ist halt besser noch und ja, bei so... Ich weiß nicht, die zwei auf dich warten. Naja, okay, ich glaub, das schaffst du. Oh! Warum hängt das denn so, Alter? Bin ich hier? Ich kann dir ein paar Tricks noch nie abzeigen, wenn du willst. Ja, da warte mal, bei mir hängt die ganze Zeit, deswegen. Ich warte bei dir hier, da, wo das Wasser hochgeht. Ja, Digga, ich kriege noch so einen Ausraster. Oh, Digga! Du machst die ganze Zeit Tänze. Oh, Digga, ne? Digga, ich... Alter, ich bin grad fast bei einer Minute. Ich bin schon mal hier, geil. Ich hab dich grad gesehen. Wo bist denn du? Ich bin da, wo das Wasser hochgeht, da bin ich. Wo geht denn hier ein Wasser hoch? Mann, da, wo du das Wasser hochgehst, da bei dem Baumlevel bin ich ungefähr. Ach da. Ach da, da, wo das Wasser hochgeht. Bist du bei dem Basketballkorb schon vorbei, oder? Bei dem Basketballkorb? Ja, bei Basketballfeld. Nee, da war ich noch gar nicht. Hä, da, du warst grad aber noch in der Halle. Was? Was? Nein! 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 Das gibt's nicht! Nein! Nein! Digga, Mann, warum hast du mich da spielten so? Nein! Digga, ich geh da nie wieder hoch. Dieses Game hasst mich. Das haben die doch extra gemacht. Mann! Muss ich hier wieder von vorne? Warte auf mich da oben mal, bitte. Alter, das gibt's nicht. Wenn du mal inne machst, Bruder. Ich bin schon jetzt da bei diesen Brüdern. Leute, jetzt mal ehrlich, krasse Landschaft, ne? Digga, das gibt's nicht, ne? Will man einmal mal was spielen? Ich geh nicht auf dich warten, Bruder, weil du musst hier eh nicht hochkommen. Du bist doch, ich war gestern schon da oben. Ich war schon bei 200 Meter. Was? Wie viel Meter? Bei 200 Meter, da wo diese, da wo diese, da wo dieser Weg nach oben geht, in diesen Toiletten. Ja, das Weg, das hab ich ja, da war ich auch schon, da war ich sogar letztes Mal weiter. Ich war schon bei diesen 2 vorbei, ich war schon komplett, ich war schon fast bei diesen 3, das letzte Mal. Mhm. Du bist ja so krass. Ich fass auf dich, aber, oder? Ich bin gleich bei 100 Metern. Ja, okay, in 20 Metern bin ich da. So, warte, ich komme, ich schaff das. Aber ich wage just the sky. Irgendwie finde ich das eigentlich einfach, oder? Ja, geil. Langsam finde ich es einfach, weil ich das, äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich fühle. Aber diese Map kann ich gefühlt schon auswendig. Ich habe es schon vor längerem Zeit. One, two, packen mal, cheers, three, four. Alter, ne, ich dir vor, es würde solche Dinger hier geben, solche Überraschungen, wenn auf einmal kommt da so ein Jahr an. Oh, ich hab mir da gefallen, weil diese Sohle, die mich weggestoßen hat, alter. Bist du jetzt ganz unten, ne? Nein. Oh. Ich hab nicht ganz unten. Ich hab mich noch gerettet, in diesem, wo du dich hochtragen kannst, in diesem Bafor. Ach, das, ja. Ja, Junge, der hat mich gerettet, oder? Den finde ich auch nice, weil er mir im Manchester-Devation hilft. Ich sag einfach nochmal, bitte, Bruder. Bruder. Nein. Oh, ich hätte es jetzt fast nicht geschafft, ne? Da hätte ich, da, ja, okay. Schon 300 Meter. Digga, wo? Da hin? Okay, warte, warte. Oh, oh. Okay, okay. Komm, wenn du kannst das. Du kannst das, du kannst das, du kannst das. Du kannst das. Du kannst das. Ich werde eher gleich runterfallen. Ja, bestimmt safe. Safe. Oh, Alter, ich hab immer so Angst, dass hier irgendwo... Aber, das fängt an. Ey, du kannst mal gleich unten links im Chat reingucken, da, wo immer das bei dem Busfahrer bedanken, äh, kommt. Digga, bei mir wird das nicht angezeigt. Bei dir wird das nicht angezeigt, doch, bei dir wird das angezeigt. Das hab ich auch mal gesehen, doch. Bei mir wird das nicht angezeigt. Links, oder irgendwo anderswo. Da, wo der Busfahrer sich immer bedanken. Ja, ich weiß, da wird aber nichts angezeigt. Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Bruder, ich werde fast runterfallen, weil ich grad nicht sprinten konnte. Oh. Digga, ich bin voll oben, wo bist denn du? Wie viel bei... Ich bin bei diesen zwei. Das heißt, ich bin jetzt schon bei 400 Metern. Diesen zwei. Okay. Ich bin hier Dings. Ich bin, äh, gleich bei 200 Metern. Ach, hier geht's lang. Bin hier gleich bei 200 Metern. Bist du jetzt gleich bei diesen Toiletten? Äh, warte, muss ich gucken. Äh, ich seh grad noch keiner. Ah, ja, 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 da hinten, ja, ich seh noch. Ich bin gleich bei den Toiletten. Komm, kommst du jetzt bei dieses Wasser? Ey, ich seh dich da unten. Ich hab da grad das Laufen gesehen. Ja, ich seh dich so ganz... Oh, nein, 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 nein. Wenn du runtergefallen bist. Digga, Finn, hör auf einfach zu lachen, ne? Also, ich beende das Video, Leute. Das, ich kann das nicht, Alter. Digga, dieses Game, ich war so weit, ne? Das gibt's nicht. Also, ich glaub, das Game hasst mich halt wirklich. Alter, das gibt's nicht. Mann. Das gibt's nicht. Ich will das hier wenigstens mal probieren. Wenn ich das jetzt schaffe, mach ich weiter. Wollte ich sowieso nicht schaffen. Äh, wenn ich das jetzt hier schaffe... Wenn das jetzt da oben da da auf die Platzform schaffe, mach ich weiter mit dem Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. War scheinlich. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Aber es kommt vielleicht dann gleich nochmal ein Video. Kann auch sein, oder später, wie auch immer. Oder heute Abend sogar. Hoffentlich hat es euch gefallen. Trotzdem, auch wenn ich nur bis zu 200 Beta gekriegt bin. Aber ja, Leute, lasst Like und Abo da und schaut bei btw.fin vorbei auf YouTube. Und heute Abend vorbeischauen. Ja, heute Abend auch bei Ihnen vorbeischauen. Ähm, ja. Ja, das war's mit dem Video. Ciao, lass ein Like und Abo da.